Krabbler und herzlich willkommen zur Star Trek Wochenschau! Mit Context is for Kings ist am Montag die dritte Discovery-Folge aufs Sende gegangen und lässt die ersten beiden Folgen weniger wie einen Piloten als wie einem Prolog erscheinen. Als Michael Burnham in Episode 3 zum ersten Mal das Namens Game of the Shifts zu sehen bekommt, geht Discovery erst richtig los. Mehr wollen wir aber nicht verraten. Die Reaktionen auf die Folge waren jedenfalls weitestgehend positiv. Polygon lobt die moralische Ambivalenz und die Charaktere, die Folge bediene sich typischer Star Trek-Themen ohne Altbacken zu wirken. Vulture nennt die dritte Folge sogar einen Soft-Relaunch, gibt ihr aber 4 von 5 Sternen. Aber es gibt auch verhaltenere Stimmen. Die New York Times kritisierte unter anderem die Erzählstruktur und glaubt einige Logiklöscher ausmachen zu können. The Nod's Dash gibt sogar nur 2 von 5 Sternen und ist frustriert. Die Folge vergebe viele Chancen, habe langweilige Action-Sequenzen und klischeehafte Dialoge. Nichtsdestotrotz scheint die Folge insgesamt gut anzukommen, das zeigen auch 89% auf Rotten Tomatoes. Auch diese Woche gibt es natürlich einen neuen Trailer für die vierte Discovery-Folge The Butcher's Knife cares not for the lamp's cry. Wie immer wollen wir euch nicht zu viel verraten, auch wenn der Trailer sehr actionreich daherkommt und nicht allzu viel über die Geschichte der neuen Folge verrät. Und macht euch keine Sorgen um eure Lautsprecher, der Ton am Anfang des Trailers ist tatsächlich ein wenig seltsam. Jason Isaacs sprach mit TV-Line über seine Rolle als Captain Gabriel Lorca in Star Trek Discovery. Als ihm die Rolle angeboten wurde, habe es erst die Drehbücher für die ersten drei Folgen gegeben, von denen er in zwei nicht vorkommt. Man sagte ihm nur, die Serie drehe sich nicht um ihn als Captain und er solle auch das dritte Drehbuch ignorieren, denn es würde noch umgeschrieben. Auch für ihn fühlt sich die dritte Folge wie ein Pilot an. Zum ersten Mal würde man die Crew und das Schiff sehen, auf dem Michael Burnham in Zukunft viel Zeit verbringen werde. Gerade in einer Serie, die eine Geschichte über 15 Stunden erzählt, könne man am Ende der wöchentlichen Folgen durchaus noch einige Fragen offen lassen. Auch den Charakter von Captain Lorca scheint er sehr interessant zu finden. Er müsse den Krieg gewinnen, koste es, was es wolle. Die Sternenflotte habe ihm freie Hand gegeben zu tun, was nötig sei. Deshalb könne er auch Burnham anheuern, die ebenfalls sehr pragmatisch und bereit sei, Regeln zu brechen. Das würde sie aber auch verfolgen. Burnham habe offensichtlich mit ihren Schuldgefühlen zu kämpfen. Zu den anderen Crewmitgliedern versuche er eine gewisse Distanz zu wahren, Isaacs vergleicht seinen Charakter mit Captain Sisko aus Deep Space Nine, einer Serie, die sich auch mehrere Staffeln lang um einen Krieg drehte. Zum Schluss hinterließ uns der Schauspieler noch einige beruhigende Worte. Die Drehbuchautoren seien echte Trekkies. Was in Discovery auf den ersten Blick vielleicht unkanonisch erscheine, wurde tagelang durchdiskutiert. Bis zur Auflösung gewisser Fragen müssen wir uns nur etwas gedulden. J.J. Abrams Arbeit an einem neuen Star Wars Film erregt offenbar Unmut bei Paramount. Der Regisseur sei vertraglich verpflichtet, an Filmen für das Studio zu arbeiten. So seien auch schon Verhandlungen mit Chris Hemsworth im Gange, der für seine Rolle als Kirks Vater George im 4. Reboot-Film vorgesehen ist. Nach einem für Paramount nicht sonderlich erfolgreichen Sommer möchte das Studio wohl die Arbeiten am profitablen Star Trek-Franchise vorantreiben. Abrams zeitintensives Engagement beim Konkurrenten Star Wars schmeckt Paramount also gar nicht. Die Schauspieler und Autoren von Star Trek Discovery werden auf der diesjährigen Comic-Con in New York auftreten. Auf einem Paneel am 7. Oktober erscheinen unter anderem Seneca Martin Green, Jason Isaacs und Doug Jones. Die Moderation des Paneels übernimmt die ehemalige NASA-Astronautin Mae Jemison. Vielleicht erfahren wir da ja einige neue Details über die Serie. Wenn das der Fall ist, berichten wir darüber natürlich in der nächsten Wochenschau. Cosplay und Fanfilme erfreuen sich im Star Trek-Genre großer Beliebtheit. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Star Trek Discovery Uniformen auf den Markt kommen. Für stolze 500 US-Dollar kann man sich eine Uniform aus der neuen Serie vorbestellen. Um einiges günstiger sind die Abzeichen. Bei einem Kostenpunkt von 15 Dollar muss man nicht gleich Haus und Hof verwenden, um sich wie ein Teil der Discovery-Kur zu fühlen. Wie hat euch die dritte Folge gefallen? Und was denkt ihr? Sollte Abrams für einen vierten Reboot-Find zurückkehren? Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.